So Leute, ich bin wieder da und ich bin jetzt in diesem Raum, wo ich vorhin diesen Bug drin hatte. Ich habe so gebeten, dass er nicht wiederkommt und ist anscheinend auch nicht. Ich musste nochmal laden und ich habe aber all das gemacht, was ich auch gemacht hatte. Ich war bei der TUS, ich habe die Münzen alle aufgesammelt, alles schön brav gemacht. Und jetzt sind wir natürlich wieder hier und... Da hinten ist ein Symbol. Da hinten ist ein Symbol, das ich brauche. Und aber ich... Oh mein Gott. Sag jetzt mir bitte nicht, dass ich... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich kann wieder nichts machen, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Wir sehen uns gleich wieder. Denn ich wieder an der Stelle bin. Ich muss nochmal neu alles machen. Bis gleich. So, und ich habe wieder zugeschaltet. Weil ich gehe in den Raum nicht mehr. Cannot see clear because it's too dark. Gibt es hier einen Lichtschalter? Ne, auch nicht. Wo ist denn meine Super-Mega-Taschenlampe? So. Ähm. So. Sip-Beutel ist zugemacht. Ich habe da so Angst, ihr glaubt das gar nicht. So, in die einen Räume gehe ich nicht. So, hier brauche ich das Siegel. Das not open. Ja, da brauche ich... Das Siegel wahrscheinlich von dem... Ich muss erst den Schlüssel holen und dann dort nach oben. Die Frage ist nur... Wie komme ich dahin? Äh, zum Schlüssel. Ich sehe da auch gar nichts. Diese blöde Lampe. Die ist so scheiße. Dann nehme ich doch lieber... Das hier. So. Okay. Ist eigentlich nicht viel besser. Okay. Ich scheint nichts an der Decke rumzukraxeln. Aber trotzdem. Ich habe so Angst, ihr glaubt das gar nicht. Ich habe so Schiss, da rein zu laufen. Warte. Dann nehmen wir mal vielleicht doch das Ding. Ups. Ach, da vorne könnte... Ich bin eingespült. So. Okay. Ist nichts, hoffentlich. Oh Gott, ey. Tut mir leid, wenn ich an manchen Stellen so ruhig bin. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Aber beim Zugucken, weiß ich nicht, ob das so rüberkommt. Aber wenn ihr spielt, ihr konzentriert euch so sehr. Ihr passt so auf. Ich habe noch in keinem Spiel. Ehrlich. Ich habe noch in keinem Spiel so aufgepasst wie hier. Und war so vorsichtig. Aber ich habe, Gott sei Dank, gespeichert an der Stelle, wo halt ich alles durchgemacht habe. Das Gespräch und, und, und. Und habe dann dort gespeichert an der Stelle. Und das so... Oh, oh. War ja klar, dass er hierherkommt. Er sieht gleich hier das Licht an. War ja klar. No! I hate you! God damn it! Aber egal. Das ist unsere Chance, einfach mal durchzulaufen. Durch die ganzen Räume. Und zu gucken, wo was ist. Ich gehe mal hoch. Und hier noch eins hoch. Und da. Und hier. Und... Ich frage mich, wie ich den Schlüssel holen kann. Okay, die Tür geht nicht auf. Ah, das geht hier aber ganz schön hoch. Wenn ich so... Oh, ich habe immer so Angst vor dieser Tuss. Ey, ihr glaubt es nicht. So, ich verstecke mich mal hier in der Ecke. Vielleicht sieht er mich. Vielleicht sieht er mich auch nicht. Anscheinend. Oh mein Gott. Er hat aufgemacht und ist weggegangen. Äh, äh. Behindert? Fragezeichen. Egal. Aber es geht ganz schön hoch. Es geht ziemlich weit nach oben hier. Ah, ich weiß nicht, wohin ich muss. So viele Türen und... Mh. Ich gucke mal gleich nach. Weil das alles herauszufinden ist... Das dauert bestimmt drei Parts oder so mindestens. Und dank dem Hausmeister noch vielleicht länger. Deshalb, äh, gucke ich ganz kurz mal und beende mal diesen Part. Ich weiß, er ist relativ kurz. Aber, hey, dafür habe ich mich erschrocken. Und... Sehen uns an dem nächsten Part wieder, wenn ich etwas schlauer bin. Oh mein Gott. Okay. Diese Spannung ist... Okay. Wir sehen uns an dem nächsten Part wieder. Und... Ich bin euer Lubu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr gruselt euch genauso wie ich.